und damit guten tag liebe leute zu let's play dc ja ich würde behaupten dass wir hier wieder sind um meine rüstung zu verbessern meine jetzt nicht eure meine nein und dafür fliegen wir mal in den tag wing black adam braucht eine liege der hat gerade eben eigentlich ganz gut geschlagen mit dem haben wir gerade eben die black dem black estate gelaufen hier den brauchen wir noch da muss ich mal gucken was wir am dringendsten brauchen rücken auf keinen fall schuhe 133 die ringer die kann man hier nicht kaufen die kauft man wenn dann drüben aber mit 133 die füße glaube ich schon das niedrigste ne ja und die brust die hose ist noch schlimmer die hose kann ich mir glaube ich nicht leisten sparen wir auf die 60 oder wir nehmen erstmal die boots glaube ich dann gehen wir ja 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 ich weiß es doch nicht und was sagt meine maske eigentlich ist das ist schon eine 41 ist alles in ordnung IO aber da ist eine ne das ist achso so müssen wir mal gucken darauf haben wir den deadly block den müssen wir auch wieder rauf kloppen Have a fine day, combatant. Combatant. Super. Super duper. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Let's go set film, okay. Okay, das klingt doch alles sehr gut. Cooler Look, muss ich sagen. Der gefällt mir echt. Aber es gibt immer gute Looks bei DC und dann gibt es das richtig krass. Also jeder Look gefällt mir eigentlich bei DC. Der hier ist wirklich, der ist geil. Der gefällt mir. Der ist geil. So, CR 161. Super duper, würde ich behaupten. Auf ins Hauptquartier. Vielleicht mache ich es mit dem linken Arm besser, oder? Warum? 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 Wie blöd kann man eigentlich sein? Ich bin manchmal einfach unkonzentriert, glaube ich. Das ist es. Warum brauche ich die ganze Zeit auch gegen mein Mikro? So einfach dumm. Nö. Nö. Diddlydiddlydiddlydiddlydiddlyblock. Was steht da? Diddli 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 Diddele Diddli. Diddle 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 Diddle. Also, hab ich noch andere Sachen, die ich jetzt irgendwelche Mods brauchen, die ich noch nicht raufgeklatscht habe? Der Gurtel nicht. Blastadapter by Pepe. K своjes Mal K barnes juddas, den muss ich auch noch raufklatschen. Und Breakout Regeneration. Ah, dann nehmen wir nicht den Berserker, ja? Ah, das ist mehr was für Tanks, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. So, und ansonsten haben jetzt alle auf ihren weißen... ...was drauf? Du Rassist! Ja, ich meine die weißen Menschen. Das ist ja auch schon wieder voll die Base. Und ich habe immer noch Sachen wahrscheinlich, die ich hier reinklatschen könnte. Das ist so schlimm. Hier unten, guckt euch den Rumpelkeller an. Weil ich nie das in die Liga packe. Oder so, selten. Guck mal, ich habe drei von diesen blöden Schildstatuen. Zwei Terrakotta-Statuen. Wenn ich im echten Leben so viel Geld hatte, das wäre doch schön. Das wäre so schön. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt raus und schlagen den Minotaur kaputt. Da habe ich jetzt Bock drauf. Habe ich Bock drauf. Mal sehen, ob der Sklidding online ist. Vielleicht können wir mit ihm das neue Duo laufen dann. Neue Stube? Nein. Ach, und der Conan Adventure hat wieder mein neues Video kommentiert. Nee, wahrscheinlich. Oder? Der Conan Adventure ist übrigens auf meinem Kanal gesperrt. Kann trotzdem kommentieren und Dislikes geben. Verstehe ich nicht ganz. Aber okay. Also übrigens, der Blitz. Ich würde gar nicht einen Screenshot machen. Mach doch mein Scheiße hier. Big Belly Burger. Ähm, ach so, ja dann. Lass mich jetzt mal gucken. Vielleicht können wir auch das neue Singlen laufen. Iceberg Lounge. Science Fire schaffen wir. Digge. Harley's Heist. Könnten wir jetzt nochmal laufen eigentlich, ne? Wenn der jetzt nicht gerade zu tun hat. Oh. Ja, okay. Der hat bestimmt gerade zu tun. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ich verstehe das. Ich kenne das. Oder hat er ihn gar nicht gefunden, den Spieler? Hat er den hier überhaupt eingeladen? Ich glaube nicht. Guck mal, hier kann man Leute unterstützen. Ich bin ganz schön an, gerade steht's hin. Einfach in die Luft, bringt ja nichts. Brauchst du ein bisschen Hilfe, komm. Wisst ihr, man muss auch manchmal ein bisschen gute Taten und so vollbringen. Verfolgen wir die mal ein bisschen, so ein bisschen Pädo. Da, 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 da. Du denkst, du kannst von mir weg ran, ne? Kannst du nicht? Ich weiß, wer du bist. So, wirklich. Na, ganz die Schlauste ist es aber nicht. Hey, du. Bisschen klein, ne? Wenn ich das schon sage. Ich meine, ich habe schon einen kleinen Charakter, aber... Die ist wirklich klein. Kann man die noch kleiner wählen heutzutage? Guck mal, sind wir heute mal gut, Mensch. Guck mal, ist das nicht mal toll. Ich kann auch dancen. Wer sieht, ich danse? Komm, ich danse für sie. Ich komme. Dance. So, stimmt. Hat jetzt eigentlich gehofft, dass das Glidding uns antwortet. Hat war jetzt. Oh Gott. Nicht, dass hier an der, äh, Playstation oder so sitzt. Und dann hier jahrelang eine Nachricht schreibt. Äh, wo geht's hin? Oh, mir kann's euch nicht verstecken. Uh. Danke. Danke. Das hast du dir jetzt verdient, die Hilfe. Oh nein. Guck mal, so kann man sich übrigens auch, äh, Marks für Victory holen, ne? Ey, jetzt entweide ich die einfach mal. Weil sonst klaue ich eher, ne? Ihre Kills. Das wäre ja dumm. Kann doch gerne mal helfen. Warum bin ich eigentlich gelb? Würdest du gerne, warum ich jetzt gelb bin? Ah, gut. Warte, ich gehe mal rum. Guck mal, du hast dann hier vorne so ein bisschen was zu tun. Und ich auch. Die ist ja auch nicht schlecht. Wisst ihr? Nur, ich bin vielleicht besser. Guck mal, dann können wir die hier nämlich alle einfach wegmetzeln. Hat die hier ein bisschen zu tun mit Es und so. Es und Es und As. Achso, wir haben auch doppelte XP gerade, ne? Ich erinnere mich. Musst du nochmal einen coolen Move machen, wisst ihr? La la la. Wisst ihr, so laufe ich manchmal durch TC wirklich. Das ist jetzt nicht gerade fürs Let's Play oder so. Das ist einfach nur. Weil es als Play auch dadurch so, äh, gefördert wird, ne? Manchmal mache ich das einfach, weil ich es mache. Weil ich darauf gerade Lust habe. Super, Messenger. Was hat sie, hat sie mir was geschrieben? Anscheinend schon, aber... Renn doch nicht so weit weg, Kind. So finde ich dich doch gar nicht. Wo ist denn die jetzt hin? Achso, man hat sie... Okay, war klar. Sie hat sogar überwartet, nicht? Ja, sie ist. Ich weiß ja nicht mehr, wer dahinter steckt, aber eigentlich, der Held an sich ist eine sie, und deswegen glaube ich, sie sagen eigentlich. Oder? Ist das richtig? Wisst ihr, jetzt habe ich mir gar nicht sicher, ob ich die Dinger gelaufen bin. Selbst. Schon. Du wirst nie zerstören. Du wirst mich nie zerstören. Ich habe verletzt, Master Faust. Was hat sich passiert? Ich fühle mich so tief. Erst du, dann die Stadt. Okay, ich habe das Ding natürlich schon gelaufen, ist klar. Aber das ist meine Nebenmission gerade hier drin, ne? Deswegen. Ist ganz super. Was macht hier gerade so komische Geräusche? Das macht mir Sorgen. Der sollte mal zum Arzt gehen, der Junge. Ist ja nicht mehr normal, wie der redet. Die spielt schon gut, ist bestimmt nicht ihr erster Charakter, glaube ich. Da hinten ist übrigens ne, ähm, Box für dich. Möchte die dir jetzt nicht klauen. Ist das dein Ernst? Du bist jetzt nicht gerade an der Box vorbeigelaufen. Du bist gerade an der Box. Mädel! Dafür, dass es nicht ihr erster Charakter ist. Was ich gedacht habe. Guck mal, an sich kämpft die gut. Ist das nicht so, dass ich sage? Mensch, du kämpfst ja nur Kaka. Warum machst du das eigentlich? DC? Leute, ich will doch einfach nur mal entspannt ne Runde DC spielen. Kennt ihr nicht sowas? Innocenten-Souls, Faust. Du kannst mich nicht stoppen, Zatanna. Meine Macht ist zu groß. Ah, ja. Die Macht füllt mich. Mast, Zatanna. Was? Komm, das kannst du. Willst du es machen? Komm, mach du. Komm, Minions. Gib mir deine Macht. Ah, jetzt ist Kletting auch noch in der Gruppe. Ähm. Ich möchte davon nichts. Weder A noch B. Weil A und B genau gleich sind. Ähm. Ich bin ja Group Leader, ne? Äh. Ich will jetzt nicht so gemein sein, aber... Es tut mir leid. Es tut mir doch leid. Du warst doch ein toller Partner. Es tut mir leid. Guck. Es ist so traurig immer, wenn man Gruppens verlässt. Nur weil man ein besseres zu tun hat. Ich kling jetzt scheiße. Ich gehe jetzt ganz schnell weg, damit ich nicht in die Augen gucken muss. Ich kann das nicht. Mit Kamera auf. Das geht nicht. Ähm. Ach. Das ist so hart. Höö, das ist wo ich schieße. Was ist das hier? Was ist das? Okay. So was habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich frage mal, was ist das hier? Ich frage mal, was ist das hier? Ich frage mal, was ist das hier? Ich frage mal, was er ist. Ich frage mal, was er nicht so GOOD? man kann nicht immer schneiden und aufnehmen das hat man auch manchmal keinen bock darauf ist ihr das ist so manchmal möchte ich das nicht hallo du bist du bist hässlich wuupi gibt es ja eine irgendwelche pvp spieler ach sieht da gibt es auch eine mission für aber nicht im bock einfach jeden tag zu schneiden wirst du ja ich mache den ja schon fertig hier ich weiß ja den tausend jetzt auch zu blöd ich habe gedacht mensch der schafft es so nicht so auffällig direkt am straßenrand am helllichten tage so einen automaten ausrauben mit einer socke überm kopf aber das ist zu blöd für auf meine tor habe ich doch mal geschafft ja super toll jetzt bin ich an meine elite schuhe los okay dann können wir jetzt eigentlich wieder alles laufen wo ich jetzt auch nicht fragen also war ja klar bei 172 hat es ja alles jetzt max glaube ich das maximum da bin ich mir ziemlich safe entrat ich bin du stehst neben einem brennenden auto kannst ich nicht gerne habe ich dich gerettet oder auch nicht so eine frage ob wir haben es heißlaufen wollen oder was meint er mit starten doch er meint mit starten starten oh gott off it chips something's wrong everyone inside is panicking we've got to be quick ähm ich renne hier gerade rein total behindert weil ich einfach gedacht habe hey ist ja Regal Hotel dann habe ich mir gedacht scheiße ist ja Harley's Heist dummer Crizio mal wieder ich meine meine CR ist ja auch schon wieder ordentlich und da das Spiel noch sehr CR abhängig ist das ganze gut gut für mich schlecht für die anderen oder so ja eigentlich schlecht für die Legbreaker zum Beispiel ist der eigentlich auch ein nee ist eine Erde manchmal bin ich zu weit weg guck mal den tollen Explosions cool guys don't look at Explosions the more they ignore it the cooler they look ah wie schnell das geht wisst ihr ich bin vor drei Tagen dieses Duo gelaufen da ging nichts und jetzt laufe ich die Duo in Spantolucci Alter in Spantolucci Alter okay man muss ja auch sagen wenn im letzten mal 168er drin jetzt hatte ich 172er drin ne wahrscheinlich äh 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 bis zum äh tot äh äh zählen tot zählen was ist los mit dir wisch bist du dumm Crizio ich höre hier noch ein Infozeichen ne ah da das ist kein Infozeichen das ein Fragezeichen kann man eigentlich einen Unterschied hören? hab ich noch nicht drauf geachtet uh need before greed ich bin so selten Gruppenleiter kann ich sowas nicht als einstellen ähm oh süßer sind wir schon mit dem ersten Boss let's get outta here I'm right behind you I won't let these fools intimidate my girls the hunt is on special crimes unit step back please don't move poison ivy thanks for your help we take from here you better head to the SCU and make sure poison ivy gets to her cell also not skill points sondern feed points for the scales there's no guarantee mhm 42er Waffe 42er Fresse 42er Fresse weil die Waffe haben wir schon warte kurz warte nee warte 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 iciosai das musste noch Harley YOU HAD MEE AT MAYHEM BUT CAT SO Es ist auch super, dass wir das Briefing jetzt nicht hören konnten, aber was soll's? Was soll's? So, mich schockt das nicht. Ich hatte eine schreckliche Überraschung, dass das passieren würde. Wir müssen zum Zellblock gehen, bevor sie das machen. Also ich könnte auch als Captain America durchgehen, oder? Finde ich jetzt. So ganz objektiv gesehen. Na Katzenlady, brauchen wir den? Oh, jetzt tut er aber so, als wäre Catwoman statt Nonplus und so. War's aber nicht. Ah, naja dann würde ich glaube ich sogar die Mod nehmen. Ja, die Mod. Ich bin schon dabei, ich bin schon dabei, ich bin schon dabei. Data has been secured. Perfekt. Das hier. Let's machen wir's nicht geschafft. Also dann war das auch jetzt gepackt. Super Sache. Ich freu mich. Catwoman has escaped? Das steht hier immer gleich, wenn wir hier ankommen. Also. Oder kann man das auch ohne schaffen. Meine, wir sind jetzt schon schnell durch. Und manche schneller als die anderen. Das ist ja irgendwas, irgendwer irgendwie irgendwo. Irgendwann. Knock, knock. Anyone home? Huh. Look who's here. Hey Red. I brought you flowers. You're a peach. You're a peach. I've missed my babies. Eine ugly peach. You've missed the kitty and I'll take care of these goons. I see you. Is, äh, Harley's heißt eigentlich ein Opening für 9th Story. Oder einfach nur mal, so wie Harley halt ist, mal so zwischendrin. Durfte auch mal Schaden machen. Freut mich immer. Ha, 142er Rücken. Klingt gut. Das klingt besser. Aber. Hier habe ich noch keinen Rücken. Ja, nee, habe ich noch nicht, habe ich noch nicht, habe ich noch nicht, habe ich noch nicht. Perfekt. Ahem. Briefings haben wir ja alle. Weiß nicht, ob wir die Collections, da fehlt bestimmt noch was. Jetzt drücke ich schon immer L anstatt I. So. Ich überlege gerade. Eigentlich müsste das schon das mit der Runde wieder gewesen sein. Reicht doch vollkommen. So, ähm. Phantom, so mache ich euch keinen Bock. Hallo Hundi. I'm on my way to drop it off now. Uh, ein Hund. Das ist übrigens ein super Hundi. Oder auch Pukka Pukka. Ja. Ja, ich würde sagen, das wär's dann für diese Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder los bleibt. Wir sehen uns. Online. Nein. Ähm, ja. Macht's gut. Macht's besser. Wir sehen uns. Tschüss. Musik.